Was ist das, was ich tun wollte? Unternehmertum heißt, die Welt verändern wollen. Die Welt und die Gesellschaft verändern wollen. Dass er die Zukunft zutreffend antizipieren kann. Was ist das, was ich tun wollte? Was ist das, was ich selbst tun konnte? Gottlieb Dutweiler und dann schon auch unsere Klassiker. Eine volle Ladenkasse und einen vollen Laden. Lauter Kleine, täglich Neue.